hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen infovideo in sachen der minecraft wg ja ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz darüber informieren dass es bei mir diese woche keine minecraft wg folgen geben wird sondern erst ab nächster woche wieder denn wir nehmen immer mittwochs abends auf und diesmal war es mir leider nicht möglich am mittwochabend mit aufzunehmen deswegen falle ich für diese woche leider aus aber ihr findet unten in der video beschreibung noch mal die links zu den drei anderen mitspielern zu der ria zu dem meef und zu dem dem rather wo ihr bei denen vorbeischauen könnt wenn ihr up to date bleiben wollt was die denn in der zeit wo ich jetzt nicht da bin so schön ist auf dieser welt machen genau deswegen ich wollte euch nur informieren die folgen fallen aus für circa eine woche das heißt ab donnerstag oder doch ja donnerstag freitag nächste woche geht es dann wieder ganz normal weiter und ihr bekommt auch von mir wieder ganz normal die doppel folgen zu sehen allgemein sind ein zwei folgen jetzt die letzten tage ausgefallen das wirst du normalerweise jetzt wieder spätestens ab dem wochenende wieder ganz normal werden ist momentan wieder ein kleines bisschen turbulent und stressig und du heilander und schlag mich tot und ich hoffe dass das ganz bald wieder wird genauso wird wahrscheinlich deswegen jetzt auch am wochenende erst mal der stream ausfallen der samstag auf alle fälle sonntag weiß ich noch nicht es kommt ein bisschen drauf an aber ich muss jetzt erst mal wieder zeitmanagement reinbringen muss erst mal gucken brauche auch mal einen kurzen durchschnauftag und dann sollte aber wirklich alles spätestens ab montag wieder alles ganz normal sein und ab ende nächste woche kommt dann eben auch wieder minecraft wg also das wollte ich nur kurz mitteilen ich bedanke mich fürs zuhören genau und bis zum nächsten mal